Toll Ich frage mich, was wir jetzt mit dem... Was sollen wir bitte mit der Einladung? Soll ich die hier aufhängen? Nee, kann ich ja nichts machen. Kann ich... Warte mal, das haben wir schon gelesen. Kann ich hier... Hier die Einladung? Nee, geht nicht. Das geht auch nicht, weil... Achso. Mann, mein Tablet spinnt. Dann nimm den PC. So. Das war das. Hier kann ich nichts mehr... Vielleicht gibt's wieder ein Wimmelbild irgendwo. Ich schau mal. Wo wir vielleicht was bekommen. Da kann ich nichts machen. Da ist kein... Da ist wieder interagieren. Ja, die Statue ganz toll. Wimmel... Hier war ja noch kein Wimmelbild bisher. Schau mal, vielleicht finden wir ja... Nochmal irgendwo eins, wo wir nochmal wimmeln dürfen. Hier vielleicht. Ja! Hey! Ein paar Flossen. Walkie Talkie. Taucherbrille. Schnorchel. Abzeichen. Kreuz Ass. Hier, pass auf. Kreuz Ass. Ich zeig dir mal das Kreuz Ass, wenn ich's jetzt finde. Ähm... Wenn ich's finde. Bei dem ganzen Haufen hier. Oh Gott. Ist der so voll... Ein Hut. Ne, ist der Hut. Ein Ruder. Hier. Ne, da sind die Flossen. Äh... Da ist ein paar Flossen. Ein Kescher. Kescher, kennst du? Weißt du? Kescher. Kescher hier, ne? Die hat doch jedes eine Lied gesungen. Hier, Kescher. Ne? Tick-Tack on the clock. Lalalalalala. Siemine. Die ist hier. Die hab ich schon beim letzten Mal gesehen. Eine Ruder. Das ist doch eine Ruder, ne? Wollte ich grade sagen. Propeller ist hier. Ähm... Kescher. Kescher. Tick-Tack on the clock. Das ist kein Kescher. Interagieren. Was ist das denn? Ähm... Ich hab keine Ahnung. Irgendwie hab ich ne... Portemonnaie geöffnet. Und da ist übrigens ein, äh... Polizeistern drin. Ich weiß nicht, was der hier auf einem Piratenschiff zu suchen hat. Äh... Aber egal. So, ähm... Taucherbrille... Ist hier. Das ist die Taucherbrille. Walkie-Talkie. Ja, das Kreuzass ist übrigens so'n, so'n... Jetzt pass auf. Jetzt ist es wirklich hier so ne Kreuzasskarte. Apule. Apule. Ist das ne Apule? Ja, Tatsache. So, wir suchen nur die Sängerin Kescher. Äh... Das Abzeichen. Walkie-Talkie. Schnorchel ist hier, ne? Boah, ich bin immer so schnell. Ähm... Abzei... Ne, das ist keine... Das ist kein Abzeichen. Hallo. Ich... ... 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 Ende. So. Was kann ich denn... Ach, das war das Abzeichen. Der hat das früher nicht angenommen. Das war natürlich... Ein Polizeiabzeichen hab' ich jetzt. Jaaa, Zeus hast du recht gehabt. Es war der Sheriffstern. Vor allem, was der hier zu suchen hat, ich hab' keine Ahnung. Frag mich nicht. So. Ähm... Kescher, Walkie-Talkie. Wo ist denn der Kescher? Der Kescher ist doch so ein... Tick-Tock on the clock. But the party don't stop. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das sah nicht aus wie ein Kescher. Das sah aus wie so eine riesengroße Nasenzwille oder Zange oder so. Keine Ahnung. So, jetzt kommt wieder Kreuz Ass. Man achtet drauf. Und wo soll denn hier bitte ein Walkie-Talkie sein? In der Muschel. Ich kann bei der Muschel nix machen. Ach doch, da, Tatsache. Tatsache, das war diesmal ein Kreuz Ass. Ich weiß es nicht. Es war diesmal tatsächlich ein Kreuz Ass. Ist ja unglaublich. Alter, danke Zeus. Ähm, jetzt brauchen wir nur noch Walkie-Talkie. Was, wie will einen auch verarschen, weißt du? Ähm... Wo ist denn hier ein Walkie-Talkie? Also hier, ne? Hallo, hallo. Auwa, auwa. Ah, hier. Da ist es. Auch noch zu lang. Das hat man aber im ersten Blick nicht gesehen. Hey, wir haben einen Kescher. Tick-Tock on the clock. Jetzt können wir endlich den Fisch rausholen. Ich werd bekloppt. Nein, nicht mit der Einladung. Kann's ja mal probieren. Wird das jetzt anders benannt? Ne, Fisch. Einfach nur Fisch. Ist kein Glas mehr, ist jetzt ein Fisch. Hat sich jetzt verwandelt. Ist wahrscheinlich so ein Transformers oder so. Ähm... Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Mein kleiner Freund kann den Ring aus der Mitte des Labyrinths holen. Mhm. Schön. Was muss ich denn mit links drehen? X umschalten. Was schalte ich denn? Ach so. Um Jottes Willen. Ähm... 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 Ne. Entschuldigung. Alter, dieses Spiel. Das Spiel macht mich fertig. Äh... Warte mal. Wie ist denn... Boah, dieses Plätschern gerade, ne? Das ist so. Okay, wir haben in der Mitte sogar nur einen Ausgang hier von dem äußeren Kreis. Das heißt, der muss so stehen. Aber wo... Ja, ist doch richtig. Und jetzt? Anweisung. Mein kleiner Freund kann in der Mitte des Labyrinths den Ring holen, wenn er durchdrehen der Ringe ein Wehchen durchöffnet. Habe ich doch. Oder nicht. Ach ne. Ach ne. In der Mitte fehlt das noch, ne? Boah, woher weiß der Fisch, da ist ein Ring. Den muss ich ihr jetzt holen. Wow. Das ist ein Zauberfisch. So wie der Zaubertisch bei, äh, äh, The Order. Im Spiegel. Und jetzt? Natürlich. Der geht durch die Kanalisation und kommt da wieder raus. Der plöppt hier einfach in den Strudel weg und kommt hier wieder raus. Selbstverständlich. Klar. Oh. Wir haben einen Ring. Einen Ring, um die Tür zu öffnen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Es ist so geil. Ich hoffe ihr habt auch so'n Spaß wie ich. Oh Gott. Oh mein Gott. Es scheint, als hätten sich die Krähen in dem alten Turm eingenistet. Ich sollte sie besser nicht an, äh, aufscheuchen. Sonst, äh, bitten sie mich womöglich noch zu Tode. Huch, wollte ich gar nicht hin. Warte mal. Erstmal gucken, was hier informationsmäßig ist. Äh. Ach, sonst ist es gar nichts. Nur das Schiff. Okay. Oh nein. Resident-Urlauf. Ja. Was haben wir denn da jetzt bekommen? Was ist das denn? Ein Porträtstück. Mhm. Kann ich irgendwas machen? Der Mechanismus ist verrostet. Ich brauche Öl, um die Gondel zu bewegen. Mhm. Ja, ja. 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 Das sieht so aus, als wäre hier mal ein Bild gewesen. Wenn ich es wieder herstellen kann, äh, wenn ich es wieder herstelle, kann ich vielleicht hinein. Wird es mich verarschen? Ach komm. Jetzt hänge ich hier fest, oder was? Hä? Junkchen, ich grüße dich ein. Willkommen zu Let's Play Live Show. Wie soll ich denn? Hä? Mit der Einladung. Ich halte die Einladung einfach vor das Fenster. Da lässt er mich bestimmt rein. Ach so. Ach so. Ich habe jetzt gesagt, ich bin da gefangen in dem Bereich. Ähm. Ja. Hier kann ich nichts machen. So. Was soll ich denn? Was haben wir im Inventar? Also, Holzeitseinladung und Porträtstück. Warte mal. Porträtstück können wir in der Gruppe da reintun, ne? Probieren wir mal raus. Remington. He tore the painting which I haunt. He remembered me as a young girl. Now he's insane. Planning to set infernal powers in motion once again. Help him. Find the map marking the way to the treasure and look for other portrait pieces. Benutzen. Okay. Können wir wieder wimmeln? Ja. Wir können wieder fleißig wimmeln. Alter. Ich werde bekloppt. So. Knoblauch. Ähm. Schatulle, Schlüssel, Muschel, Ölkanne, Becher, Falter. Ein Falter. Alter Falter. Honig, Pinsel, Brief und Klee. Klee. Da ist schon mal die Knoblauch. Das habe ich ja vorhin schon gefunden. Ähm. Schlüssel sind hier. Achso. Ein Schlüssel fehlt. Ja. Da. So. So. Die Frage ist jetzt. Wo haben wir? Honig ist hier. Habe ich schon gesehen. So. Ich lasse euch mal ein bisschen mitraten jetzt. Ähm. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Das ist äh. Die Ölkanne ist hier. Das ist nicht so schwer. Ist das der Becher? Ja ist der Becher. Ich bin zu schnell glaube ich. Kann das sein? Pinsel bei Kerze. Ja Tatsache. Dankeschön. So. Äh. Brief ist. Der Brief ist unvollständig. Ja dann hier. Hier. Der hält auch sofort. Weißt du. Der wird einfach so aneinandergelegt. So Papierstücke. Und dann halten die. Musst du mal zuhause ausprobieren. Musst einfach mal so Papier zerreißen. In so vier Stücke. Und dann einfach zusammensetzen. Dann kannst du den auch einfach so in die Tasche wieder stecken. Im Ganzen. Ne. Äh. Falter auf Kerze. Ah hier. Stimmt. Tatsache. Äh. Muschel oben bei der Kerze. Ja. Richtig. Alter das läuft bei euch. Sauber. So. Voll geil. Ja. Spiel macht so Spaß mit euch. Ist so geil. Alles bei der Kerze. Haha. So. Äh. Klee. Tasche. Schatun ist hier. So. Jetzt habe ich auch wieder was gefunden. Ähm. Soll ja nicht heißen. Dass nachher im Let's Play unter den Kommentaren dann steht. Ey du machst ja gar nicht. Lässt ja nur deine Zuschauer irgendwie. Äh. Hier. Äh. Was machen. Ich habe mich erschrocken weil er. Mein. Mein. Vorhang wedelte. Ich wedel gleich auch mal. Ähm. Ach. Tasche ist hier. Genau. Jetzt brauchen wir noch das Kleeblatt. Wo ist denn Klee? Klee. Mr. Klee. Bei so viel Blättern finde ich das Klee nicht. Vor lauter Bäumen sehe ich den Wald gar nicht. Wo ist denn hier Klee? Das wäre ganz faszinierend wahrscheinlich wieder. Klee oben bei der Muschel im Holz. Hier war die Muschel im Holz. Da ist. Da ist. Da ist. Da ist. Da ist. Nein. Da ist. Ich bin verwirrt. Meine Tochter von einem Piraten entführt. Was war das denn jetzt? Vielleicht weil ich zu oft gedrückt habe. Ähm. Ach da oben. Aber hier war doch nicht die Muschel. Junkchen. Hier. Beim Amulett. Sorry. Hallo. Ölkanne. Einen nützlichen Gegenstand gefunden. Ölkanne. Oh. Damit können wir jetzt. Damit können wir jetzt hier. Denkens ölen. Dieses. Dieses Zahnrad. Wo war. Warte mal. Wo war das nochmal? Hier war das glaube ich. Ja. Hier. Genau. Hier hat er uns ja ausgesperrt. Obwohl ich frage mich. Wie wir hingekommen sind. Wir sind durch eine Tür gegangen. Und dann kommen wir hier hin. Ich dachte das wäre diese Tür. Aber gut. Ich frag gar nicht nach. Ah ja. Zwei. Drei Tropfen. Und die Dinger sehen aus. Blitzeblank geputzt. Als wäre da nie was dran gewesen. Boah. Welche Animation. Ganz ehrlich. Ähm. Man muss sich mal überlegen. Dieses Boot. Ja. Hat unten. Am Heck. Sagt man ja. Ich glaub Heck und Bug. Bug ist glaube ich vorne. Heck ist hinten. Oder Bug. Ein Zahnrad. Ja. Funktion. Ja. Mit so zwei Kurbeln. Ja. Damit es halt angetrieben wird. Das war unten. Unter Wasser quasi. Ich frage mich. Wie sie mit diesem Boot dahin gekudelt ist. Unter Wasser so. Blub. 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 um anschließend die zertrümmerten Wachs zu plündern. Ja, das ist super. Ohne guten Grund werde ich mit diesem Grab keinen Unbefug treiben. Ein untoter Pirat ist schon einer zu viel. Ja, okay, da kommen wir nicht dran. Das heißt, wir müssen bemerken, da ist eine Kiste. Ähm, mein Freund, der Stein. Leuchtturm, gehen. Nein, ich will nicht gehen. Oh Gott. Achso, hier sieht man es übrigens nochmal. Da ist schon wieder der Geist. Der Geist. Der auf die Brille scheißt. Oh. Der Leuchtturmschlüssel. Aber ich will mir an der Scheibe nicht die Hand verletzen. Dann nimm den Stein. So, hat funktioniert. Was haben wir hier? Was ist das denn? Was ist denn? Eine kleine Wurzel. Ah, ja. Hier kann ich das rote Tuch zum Wehen bringen. Das, äh, ja, ist... Das hölzerne Gerüst und die Verstärkung haben sich als äußerst gewöhnlich stabile Wiesen. Wer weiß, wie lange das hier noch steht. Wenn ich gleich alles weg explodiere. Ähm. Was für ein Zonk? Was habt ihr mit eurem Zonk? Hab ich irgendwas verpasst irgendwie im Chat? Wenn sie auch schon alt sind. Die hölzernen Stuben sind immer noch intakt. Verschlossen. Dann dem Öl. Die Zange. Den Schlüssel. Huh. Wollte ich gar nicht. Revlon-Bot. Bast auf Zonk. Nee. Achso, weil die verlieren. Achso, deswegen. So. Ähm. Was ist denn? Genau, die Ketten bewegen sich. Hallo, lieber Kronk. Guck mal. Muschiklaus im Wimmelbild. So. Ah, ich muss die Figur, glaube ich, zusammensetzen, ne? Der Statue fehlt ganz offensichtlich ein Arm. Es sind zwei, die ihm fehlen. Wie soll ich denn... Hier, mit der Ölkanne. Mit der Zange. Hä? Hä? Was ist das denn? Ein magisches Auge. Okay, kann ich... Ja, aber wie kann ich denn... Kann ich... Kann ich irgendwas machen? Nein, kann ich nicht. Mir fehlt wahrscheinlich irgendetwas. Aha. Was? Sieht aus wie zwei Schniedel vorne? Hä? Achso, hier auf dem... Versteh, hab ich nicht gesagt. Ich war das nicht. Ja, auf YouTube. Du siehst es hier, der Chat. Na, ich hab das nicht gesagt. Ach, guck mal, hier haben wir schon mal ein Radteil wieder. Ein Steuerradteil. Sehr schön. Was für ein ausgezeichneter Tag zum Plündern. Der Kapitän hatte stets großartige Ideen. Der Bau dieses falschen Leuchtturms war der Höhepunkt unserer Plünderei. Ein Tag der Piraten durfte hier den lieben langen Tag im Trockenen und Warmen sitzen und Feindeschiffe auf die nahegelegenen Riffe auflaufen lassen. Danach musste er nur noch den Stein des Leuchtturms auf dem Totenkopf halten. Das reicht völlig, um die überlebenden Seefahrer zu Tode zu erschrecken. Die restlichen Piraten übernahmen dann den Rest und plünderten das Wrack. Doch nun ist alles anders. Der Käpt'n hat sich sehr verändert. Seit er diese hübsche Gräfin getroffen hat. Er hat gar keine Lust mehr zu saufen und mit seinen alten Crew auf Raubzug zu gehen. Er denkt nur noch an Mary. Ich vermisse die gute alte Zeit. Ja. Ah, da hat sich's schon... Achso, das war der Tisch. Meuterei, sag ich dazu nur. Meuterei! Oh, was haben wir denn hier? Fum. Ich kann das Gefäß mit Öl füllen. Ja, mit der Ölkanne vielleicht. Das klappt sogar. Was ziehst du dir für Filme ein? Was? Was erinnert dich an peinliche Tentakelfilme? Was ziehst du dir für Filme? Hä? So, das sollte ein Weilchen reichen. Ja, okay. Wir haben wieder ein... Ist es ein Zahnrad oder ist es wieder so ein magisches Auge? Ich weiß es nicht. Ein Zahnrad ist es diesmal. Obwohl es genauso aussieht wie das magische Auge. Aber ich hab... Äh... Ja, ist ja egal. Ich brauche etwas, um das Feuer zu entzünden. Die Wurzel vielleicht. Eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Auch ganz übel. Er ist jetzt in den kleinen... Oder sie ist jetzt in den kleinen Schrank gegangen. Weinschlauch mit Kork... Ähm... Mit Kroke... Was? Mit Kroken? Mit Korken. Weinschlauch mit Korken. Ich muss mal gehen zum Barkeeper. Ich muss ja sagen, ich brauch mal gerne einen... Oder ich hätte gerne einen Weinschlauch mit Korken. Dann halten die dich alle für bescheuert. Karten. So, da sind die... Da sind die Karten. Nein, das ist keine Karte. Pinsel. Pfeife. Horn. Hier ist das Horn. Hier ist die Pfeife. Da ist die Karte. So, ähm... Die Kurbel. Ist das eine Kurbel? Nein. Pinsel. Spiegelkompass. Der Spiegel ist hier? Der Spiegel ist nicht vollständig. Was? Verstehe ich nicht. Ähm... Ja, nee, ist klar. Sag ich jetzt mal nichts zu. Ist klar. Natürlich. So, ähm... Pinsel? Nee, das ist nichts. Ah, hier ist die Kurbel. Ähm... Munta Monika. Ist hier... Seemonster. Was ist denn bitte ein Seemonster? Ist es Nessie? Ich bin sehr gespannt, was ein Seemonster ist. Links. Seemonster... Gleich Seestern. Nein, ist es nicht. Habe ich auch gerade gedacht. Aber ist es nicht. Nein. Das Spiel möchte nicht, dass es ein Seemonster ist. Nein. Ich bin sehr gespannt, was ein Seemonster ist. Weil ich sehe hier noch keinen Monster. Hier oben, das Ding ist es auch nicht. Hier die Fledermaus oder was auch immer. Hier so guckt so. Hallo. Hallo. Ich bin hier. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. Kompass. Fast oben in der Mitte. Ah ja. Tatsache. Im Buch. Im Buch. Wo ist ein... Tatsache. Nessler, du hast selbst gespielt das Spiel. Kann das sein? Ich glaube, der Kompass ist auf dem Zahnrad. Ah ja, hier. Nein, ist es nicht. Hätte sein können. Guter Tipp. Ähm... Hm. Feder. 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 Pittensel. Und vor allem, was ist ein Weinschlauch mit Korkn... Das ist hier kein Weinschlauch. Ich benötige den Korken. Das ist doch kein Weinschlauch. Das ist eine Weinschlauch. Oh Gott. Ich brauche einen Korken. Wo ist ein Korken? Ich, äh... Den Korken schiebe ich gleich sonst wo hin. Das ist kein Korken. Das ist, glaube ich, eine Schraube. Feder.Pinsel. Kompass. Wo ist denn... Da ist der Korken. Hat der sich gut versteckt. Das war so ein kleiner Flachmann. So ein Fläschchen. Weißt du? Kompase. Ja, Kompase. Entschuldigung. Ich habe Kompass gelesen. Kompase natürlich. Ähm... Aber wo ist denn die Kompase? Ich habe Kompass... Tut mir leid. Ich habe Kompass gelesen. Ich habe mich verlesen. Entschuldigung. Es ist Kompase. Kompasse. So. Ähm... Kompase, Feder und Pinsel. Feder hier... Nein. Feder hier im... Nein, auch nicht. Okay. Okay. Das war... Das war... Untertitelung des ZDF, 2020